Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longwall Mod und natürlich mit mir eurem Venta Crassus. Wir haben in der letzten Folge unseren Spionen aus der Gefahrenzone wieder gerettet und haben auch ein bisschen Geld über. Dadurch schätze ich mal. Ja, werde ich aber noch nicht verwenden. Ich weiß mich noch nicht genau wofür. Wir wissen jetzt wieder ein Platz ist weniger an dem sich die Exholt versteckt aber im allgemeinen brauchen wir noch hin. Ja, ist schön, aber wieso ich diesen verdammten Raider aufhalten, wenn ich nur noch zwei Flugzeuge habe, die es nicht schaffen werden. Ignorieren. Ich habe einen Satelliten in Reserve, den schießen wir dann wieder hoch. Oh, und unsere Forschung ist fertig. Unsere Forschung. Wir haben die verbesserten Rüstungen. Das ist super. Wir können auch unser Schiff stärker Panzern. Unsere Rüstungen. Wir haben auch diese Keramikplatten. Rüsten können wir austauschen. So, was steht an? Neun Tage, fünf Tage für Warfare, Experimental Warfare, Computer. Sieben Tage. Das wäre vielleicht ganz interessant. Advanced Beam Laser. Ähm, Advanced Beam Laser. Wäre eine Option. Es wäre eine Option. Aber komm, wir holen hier das. Das steht uns schon seit Ewigkeiten in der Liste. Und fünf Tage ist ja ein lösbares Problem. Das geht schon recht schnell. Ah, und des Weiteren hat mich Joe Silver noch darauf hingewiesen, wir sollten doch diese Sektoiden abgeben. Die werden wir nicht in der hohen Stückzahl brauchen. Also, raus mit denen. Damit haben wir alle Aufgaben erfüllt oder alle Tauschaufträge abgehandelt. Ja. Und wir haben einen neuen Forscher. Genau. Damit sich der auch noch drüber auslassen kann, dass wir wieder einen weiteren Mitarbeiter haben, den sie irgendwo hin bescheuchen kann. So, warten wir noch auf die Reparaturen von unseren Gegenständen. Und bis das... Oh, es hat... Es hat versagt, das Alien-Raumschiff. Warum hat es versagt? Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall nicht geschafft, uns die Satelliten runter zu bollern. Aber wahrscheinlich weiß er jetzt, wo sie sind. Immer was Neues. Zumindest sind ein paar Soldaten wieder aus dem Partik, Schrägstrich, aus dem Krankenhaus zurück. Ja, wir werden jetzt nach Nigeria aufbrechen. Ich frage mich nur, mit welchen Soldaten. Ein paar sind ja gesund geworden. So, vier, sechs Leute. Boah, das wird nicht reichen. Gut, Checkmate. Hulk. Den guten Rocketeer, den General lasse ich da. Dafür Brick mitgehen. Hier bräuchte ich einen Scout. Vertick. Jawohl. Okay. Hex war am Vertick. Das ist okay. Die darf jetzt mal wieder antreten. Letzte Runde erst mitmachen müssen. Äh, Loco. Ähm. Joe geht auch mit. Dann haben wir noch zwei Plätze frei. Ah, babababam. Den holen wir noch mit. Vielleicht die Leute mit sehr langem Fatigue. Das, glaube ich, macht noch recht viel Sinn. Weil, äh, ob sie jetzt sieben Tage im Krankenhaus sind oder vier Tage im Fatigue stehen, glaube ich, kein so großer Unterschied. Aber wenn ich jemanden hier mit, äh, 20 Stunden noch, äh, Fatigue, also 20 Stunden Urlaub, wenn ich den raushole, ist er auf einmal fünf Tage im Krankenhaus. Das macht einen Riesenunterschied. Deshalb, ähm, Medik. Wollen wir noch einen jungen Medik mit? Ich glaube, jeder hat eine Spezialisierung. Oh, das ist schon mal gut. Guter Anfang. Hier könnte ich ihn noch mitholen. Oder, äh, äh, ihn. Fergus. Nee, ich hole ihn hier mit. Er ist... Die beiden sind kurz davor. Er ist nur noch 20 Stunden im Fatigue. Das heißt, er kann in der nächsten Mission sowieso mitmachen. Aber hier habe ich dann wenigstens eine Assault. Und wofür will ich einen Assault haben? Ist doch ganz klar. Erstmal dicke, dicke Weste, bitte. Danke. Du kannst die Schrotze behalten, weil ich glaube, ich habe nicht genug Laser. Aber ich kann hier auch ein paar von diesen... Wo sind sie? Arcthoron abgeben. Und... So, Sicherheit noch nach AE. Ja, nicht mehr mit der Laserpistole. Das brauchst du jetzt im Moment nicht. Das heißt, wir kriegen ihn sehr wahrscheinlich in die nächste Stufe. Du bist Medic. Das heißt, du brauchst... Ah, äh, da ist es. Nein, da. So, jetzt. Du brauchst eigentlich... ...auch keine größere Waffe. Das ist okay so. Äh, Joe, du schießt so an sich schon recht gut. Deshalb kriegst du eine gute Waffe mit dir, da auf was reißen kannst. Und dann natürlich einen Arcthrower, weil du damit umgehen kannst. So, Loco. Laserwaffe. Und einen Arcthrower. Geht so gerne immer alle drei dabei. Schießt schon sehr, sehr solide. Bin jetzt am überlegen, ob ich dir noch eine Granate mitgeben soll, äh, oder nicht. Weil wenn du eine Granate hast, kannst du noch ein bisschen Schaden austeilen. Ich bleib bei 91 Punkten, das ist ziemlich gut. So, du kriegst... ...ein... ...oh, nein, Motion Trigger. Du gehörst dir nicht zu dem Volk, das mit dem Dings arbeiten soll. So, wen haben wir noch? Sniper, Gunner und Rocketeer. Rocketeer kriegt natürlich auch noch eine gute Laserwaffe. Gehört sich so. Gunner, bitte einen Scope. Scope. Und... Jawohl. Und du bekommst ein Scope und ein Targeting-Modul. Wo ist Scope? Hallo? Na, Dankeschön. Äh, aus dem einfachen Grund, du schießt schon sehr solide. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen mehr kritisch austeilen können, ist das nur gewollt. So, drei Versuche haben wir. Nein, sogar allein drei mit Joe. Fünf Versuche haben wir dann, einen Stun durchzubringen. Das wäre ganz schön. Dafür müssen wir aber auch erstmal in Position kommen. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, dann... Wir werden jetzt neutralisieren, Meltkanister sammeln, das übliche. Ach ja, jetzt landen wir da hinten im Hintergrund stand schon ein Meltkanister. Wäre ganz schön, wenn er da wirklich steht. Central, Big Sky in Position und approach auf der Induktionseite. Strike 1 ist eine wundervolle Entschließung. Okay. Wir sind fast in der Ecke. Das ist fast gut. Aber der Meltkanister, den ich auf der Landung gesehen habe, ist nicht da. Also gehört da die Landung nicht ganz so zu dem, was wir gesehen haben. So, als erstes Motion Tracker bitte an. Ick. Da lauern sie schon. Da und da. Vermutlich. So, du. Da hin bitte. Okay. Nee, komm, wir werfen den Ball mal rüber. Einfach, weil es sich nützlich erweisen könnte. Wenn wir jetzt schon den Feind sehen. Warum kann ich doch besser abschätzen, wo ich hin darf und wo nicht. Ohne, die kann ich nicht stunnen. Die anderen sind im Haus. Mist. So, jetzt gucke ich mal, wie weit die gucken können. Ähm. Eins, zwei, drei. Ja, stimmt das. Fünf. Fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn, elf. Sölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Wenn man ein bisschen abzieht dafür, dass wir dann hier diagonal gehen müssen. Es ist eine gute Idee, mich hier hin zu positionieren. Oder im nächsten Auto, je nachdem wer das ist. So, du kannst sogar, ich hab dich nicht gesehen, sogar schießen. Also gehst du hier vorne hin. Wo ist denn der Sniper? Da ist sie ja. Gleich daneben. Wo ist denn der Schrotpumpe? Hinter Schrotpumpe bleibst du hier in der Nähe. Wieso? Ach, verflucht. Das ist nicht fair. Das wollte ich nicht. Affirmative. Mit Spaß. Dann... ...oder ein Schlimmstes. Äh, ja. Wir kommen ja nicht mehr durch diese verdammte Panzerung. Ich erinnere mich. Uh. Ja. Schredder funktioniert aber bei... ...den Drohnen, glaube ich, nicht so gut. Bleib, konzentriere dich. Mit Spaß. Oh, dann sollte man die erste Menge weg sein. Ein bisschen Platz haben wir noch. Joe könnte von da aus schon schießen. Sollte aber vielleicht nicht machen, denn wir haben keine Deckung. 39, das geht schon viel besser. Schieße aus dem Hinteren, das wäre dann, wenn du triffst, fast ein sicherer Kill. Ja, daran ist es schon gescheitert. Mit dem triffst. Wer was weg ist, ist weg. Wenn wir den treffen, ist er hinüber. Jawohl. Und einer macht nicht so viel Schaden. Ich könnte jetzt natürlich noch einen Sprint versuchen und irgendwo da rumknipsen. Aber dann ist das hier sogar noch lieber. Au. Dieses Stück. So, wir haben hier hinten jemanden sitzen. Falk, mach das weg. Dankeschön. Wenn wir erstmal nachladen. Beziehungsweise nachladen mit jedem, der nachladen kann. Und die anderen werden die ganze Sache absichern. So, du kannst es auch wieder absichern. Das ist schön. Schöne Fähigkeit. Ein sehr guter Raketenschussbrick. Und recht stolz auf die Option von dir. Sehr schön. Alles geladen. Alles sehr gut eingestellt. Und aufgelegt. Ja, sie kommen von da. Da, wo der Meldkanister auf uns warten könnte. Mach doch mal bitte wieder Licht an. Da sind sie. Hi, hi, Commander. Die Tür machen wir schon mal auf, damit wir reinblicken können. Hier ist aber nichts zu holen. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Irgendwas habe ich umrundet. Soviel zum Thema, gar nicht mal so doof. Und wieder runter. So, dich könnten wir da hinstellen. Loco. Up in den Overwatch. Trick. Overwatch, bitte. Joe. Joe. Da hinten 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 hinten. Ah, verdammt. Da kriegst du dich. Ich sollte wirklich die Karte unterdrehen. Guckst du genau hinterm Fenster. Und bist du relativ gut sichtbar. Wollte ich gar nicht. So, ich sitze mir hier das andere Auto. Aus dem einfachen Grund. Ab da kannst du wahrscheinlich wieder wirken. Roll it out. So, alle mal beisammen. Ihr beide fungiert gut als Pärchen. Da bin ich ganz stolz drauf, dass er recht gut zusammenarbeitet da. Endlich mal eine fähige Truppe. So, wo ist unser Medic? Medic. Einmal heilen, bitte. Ach, schon viel besser. Was war das? So, und hier schauen wir schnell mal nach. Die kommen hier um die Ecke rum. Das heißt, ich sollte jemanden da reinsetzen, der den Feind sieht. Trick, machst du das für uns? Einmal Licht an. Okay. Dann nehmen wir einen anderen. Jungs und Mädels, ihr seht gar nichts. Ah, wenigstens einer. Einmal draufbrezeln. Der schlägt das mit Sicherheit überleben. Ja. Wir haben echt viel Trefferpunkte. Und diese Verteidigung, die sie haben, also Panzerung, die sie haben, die macht es nicht leichter. So, Joe, du musst erst mal die Position wechseln. Und hier kannst du jetzt in Overwatch. Overwatch. Okay. So, gehst du jetzt mal einen ganz langen Weg bis hierher. Hex, 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 Hex. Äh, auch bitte da rein. Das könnte ein Todesschuss werden. 82 Prozent. Jawohl. War es nur noch... War es nur noch zwei? Ha. Ich habe mich schon gefreut, es wäre nur noch einer, aber es waren zwei. Loco-Position. Und falls was näher kommt, wegschießen. Und Rick, du darfst ebenfalls wegschießen. Äh. Ja, klar. Verdammt. So treffen die immer. Okay, Loco. Du hast ein Holo-Targeting. Du könntest also dafür sorgen, dass wir besser treffen. Dann nimmst du den hier. Als Erstziel. Also als Holo-Ziel. Der andere scheint sowieso leicht zu treffen zu sein. Ja, ist er. Dann haben wir welche im Hintergrund sitzen, die besser drauf schießen sollten. 100 Prozent sind 100 Prozent. Da kann ich nicht drum rum. Dann nehme ich diesen Schuss. Na, wo ist unsere... Ah. Da ist unser Checkmate. Checkmate. Du kannst jetzt ihm eine aufbrutzeln. Jawohl. Nicht sonderlich effektiv. Aber zumindest hast du deinen Job gemacht. Zu dir komme ich nachher noch. 79 Prozent. Der Einzige, die du anschießen kannst. Also los. Sehr gut. Oder noch. Loco. Zwei Schuss. Bei 71 Prozent. Da ist doch was machbar. Ich habe meine große Klappe. Versuch es einfach mal. Okay. Kommt der Sache näher. So. Ein bisschen rein ins Haus. Hier kannst du leider nicht mehr was... Irgendwann viel wirken. Du brauchst eine Deckung. Und ja. 49 Prozent. Das ist nicht viel. Aber eine Chance. Sehr gut. Den haben wir noch. Nur noch dich. Könnte mit einem... Er schwebt hier drüber. Gut. Versuchen wir es. Run and gun. Allerdings mit Deckung. So nah wie möglich dran. Und 87 ist doch eine solide Zahl. Jetzt sind nur noch ein paar dünne Männer unterwegs. Und... Ich glaube noch ein paar Drohnen. Da werden wir die Phase hier mal mit Nachladen verbrauchen. Du bist sogar die Einzige, die jetzt noch ein bisschen Overwatch machen kann. Ach ne. Joker hat auch noch. Hat leider nicht schießen dürfen. Dafür gehst du aber an eine bessere Position. Damit du dann auch wirklich schießen kannst. Ich schicke ich hier außen rum. Damit du auch nachladen kannst. Ich schicke ich hier außen rum. Und dich schicken wir ins... Und die Munition hast du auch noch für das Erste genug. Das wäre natürlich schön, wenn die so droht werden und uns ins Feuer laufen würden. Denn dann hätten wir die Chance auch noch die Meldkanister zu holen. Aber jetzt habe ich gerade gehört, ein Meldkanister ist auf jeden Fall zugegangen. So viel also dazu. Ja, nochmal raus. Nochmal ein Licht hier hinwerfen. Wo stecken denn die? Bei meinem Glück auf dem Dach. Geh doch mal nachschauen. Du kannst ja immer noch zurückkommen. Nein? Ähm, dann bleib mal oben. Das ist nicht nett. Wir haben den Streit angefangen. Kann sich ja jetzt ruhig mal zeigen. So, mein Freund. Ähm. Okay, den Ganner lasse ich jetzt erstmal nicht nach oben laufen. Das ist nicht seine Position. Da gehört der Scharfschütze hin. Dann sind die beiden doch mal getrennt. Ähm. Gut zu gehen. Geh doch mal, ich muss mich aufhören. Ich muss aufhören, ich muss mich aufhören. ja was mache ich mit dir aber du wirst nicht so weit nach vorne laufen müssen du bleibst jetzt erstmal hier ist der restlich positioniert hat da sind sie ja also dazu wir haben uns mal gut positioniert und jetzt ist jetzt gibt der richtigen lack auf unsere arme checkmate herzlichen dank auch ist noch irgendwas machen können so dass zwei schuss checkmate 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 hat einen schuss dann würde ich sagen wir schießen erst mal zweimal drauf nett aber nicht so erfolgsversprechend wie ich es mir eigentlich erhofft hatte versuch noch mal oh ja das war gut dann würde ich sagen ich stets setzen wir an die tür besten machst du auch gleich mal auf zum gucken alles ruhig joe kann hier leider nicht sehen falls aber noch jemand hoch hüpfen will ist er da hier kann unser gunner erstmal warten falls irgendwas anderes auftaucht unser medic wird sich da oben hin verkrümeln damit er gleich die checkmate heilen kann ja auch wirklich das abgekriegt okay haha verdammt noch jemanden der dahin kann nur noch hier beide recht jetzt text ein auftritt 57 prozent ist es nicht viel versuch trotzdem jeder andere der schießt kann besser schießen ich glaube die ich lasse hier beim hochwert stehen wenn das ding näher kommt zum würden geht das habe ich mir fast schon denken können ja so stark ist deren schuss nicht also deshalb habe ich da nicht große angst ich glaube 34 schaden machen die normalerweise nur acht das ist wenig ich hätte echt gedacht das sind immer so neun aber gut ich freue mich drüber wir haben überlebt auch wenn ich jetzt gerade vergessen habe checkmate zu heilen ja die mission aber komplett geschafft ich habe natürlich wieder überzogen wollte ich eigentlich auch nicht aber gut wir kommen wieder nach hause und da wenn wir dann auch die folge erstmal beenden die wunden lecken weil checkmate wird jetzt eine längere zeit nicht mitspielen dürfen verdammt sie war gut von ihren werten her wiki und hatzen jawohl von dem an habe ich erwartet dass sie aufsteigen also zumindest von hatzen wiki wirst dich medizinisch weiter ausbilden kannst du gar ein bisschen besser schießen als vorher das ist doch schön bring im on bonus auf kritischen schaden bis hoch zu sechs plasch oder extra condition alles nicht so prickelnd lasch flasch gut für ihn eigentlich schon weil er muss ja ab und zu laufen mit dem flash ist er vielleicht sogar besser unterwegs ich probiere es aus ich probiere es aus so was haben wir hier sieger melden natürlich nicht sonderlich viel aber ganz ehrlich sind gar kein echt gar nichts ja okay dann nächste folge nicht vergessen das heißt ich mache es jetzt gleich sonst vergesse ich nächste folge doch die per bay alles reparieren ein scope kaputt gemacht und meine laser rifle als hätte ich so viele davon so egal auf jeden fall nächste folge wenn wir uns wieder mal mit unserer ausrüstung beschäftigen müssen und ich hoffe wir kriegen dann auch ein paar missionen hin oder zugeschanzt die wir auch wirklich richtig bewältigen können sehen wir dann aber erst und bis dahin gute nacht da draußen was immer ihr sein mögt